moin und hallo schön dass ihr wieder eingeschaltet habt diesmal geht es nicht in den wald sondern an mein vogelhaus ich muss etwas die zeit überbrücken bis ich wieder neue aufnahmen aus dem wald habe hier sehen wir auch schon einen der mieter die blaumeise es kamen aber auch noch einige andere gefiederte freunde an den nistkasten und diese zeige ich euch in diesem video hier haben wir dann auch schon mal die kohlmeise das ist ein feldsperrling den konnten wir auch schon im letzten jahr begrüßen auf unserem balkon wir fanden gut dass die kohlmeisen das häuschen nicht so toll fanden weil sie schmeißen auch gerne die erstmieter raus und nutzen das häuschen für sich und ihrer aufzucht dieser kollege hier der bund specht den hätte ich eigentlich nicht so gerne am nistkasten gehabt weil sie sind nest räuber die aufnahmen außer eine sind mit der c humor cy 65 gemacht worden und ich habe mich noch zusätzlich bedient mit einem solar panel wenn man sich klein macht dann passt man natürlich zwischen nistkasten und decke das dachten sich diese beiden tauben und vermutlich wollten sie dort brüten und ein nest bauen tauben wollte ich eigentlich nicht auf dem balkon haben und die blaumeisen haben sich ja auch schon beschwert und darum habe ich tauben draht angebracht der allerdings nur bedingt gehalten hat wie man gleich sehen kann hier ist dann auch schon wieder der nest räuber der gemerkt hat hier sind jungvögel zu holen das ist übrigens ein männchen man erkennt das an dem roten fleck am kopf nachher sehen wir noch das weibchen das ist komplett schwarz also hier ist sie zu sehen nachdem sie sich erfolgreich ein jungtier geholt hatte 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 ich den nistkasten weiter aufgerüstet aber wie man hier so schön sehen kann hat es dem specht nicht gestört mit der aufnahme der ceo moor c y 95 beschließe ich dieses video ich hoffe es hat euch wieder einmal gefallen und schaltet beim nächsten mal wieder ein also liken kommentieren und wer neu ist hier lasst auch gerne ein kostenloses abo da bis dahin bleibt schön gesund und tschüss